Wir müssen das machen. Lasst uns engagieren. Und auch dieses Mal gibt es zahlreiche Anspielungen auf die böse Parallelwelt Upside Down. Will, bist du okay? The Midnight Hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. Auch der atmosphärische Soundtrack, der bei den Emmys für viele der insgesamt 19 Nominierungen für Stranger Things verantwortlich war, klingt packend. What does it want? Not me. Everyone else. Will! Wake up! Abort! Abort! If you're out there, just please, give me a sign. Bis zum Staffelstart müssen sich die Fans der Serie aber noch etwas gedulden. Die neuen Folgen von Stranger Things werden ab dem 27. Oktober bei Netflix zu sehen sein. Passenderweise kurz vor Halloween.